Hi, ich bin Bernd Kuppke von Digital Energy und ich grüße heute alle Trashpop Terroristen und sage Danke für diese CD, Best of Trashpop Terror. Da bin ich drauf. Ich freue mich immer, wenn ich auf einer CD drauf bin, mein Name draufsteht, wenn ich da was beigetragen habe. Danke dafür. Ja, 10 Jahre ist dieser Remix von Born in den Hühnerstall, der auf dieser CD drauf ist, Best of Trashpop Terror, jetzt alt. Es war damals eine lustige Zeit im virtuellen Scheißhaufen, das kultige Szenemusikforum. Heinz Müller hat damals ein Gesangsteil aufgenommen und hat das ins Forum gestellt und ich habe überlegt, was kann ich daraus machen, habe mich ein oder zwei Nachmittage hingesetzt und habe diesen Elektropunk Remix von Born in den Hühnerstall gemacht. Ja, und jetzt, 10 Jahre später, ist er auf der CD? Klasse, vielen Dank, mach weiter so und kauft alle diese CD, Best of Trashpop Terror. Macht's gut!